Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Da sind wir wieder und wenn die Katze mich in Ruhe lässt, sind wir auch gleich am Start. Wenn die Katze jetzt hier nicht irgendwie rummehrt. Nee? Kleiner schlauer Dieb, du. Du schlauer Dieb, du. Ja, meine Katze hat es jetzt tatsächlich geschafft, die letzte Bastion zu stürmen, den Leckerli-Schrank. Er hat ihn doch tatsächlich aufgekriegt. Ich könnte ihn dafür beißen. Das ist eindeutig kein Zeitpunkt für Geschäfte. Alter, die aus Grandia, die hätten jetzt das als den perfekten Zeitpunkt für Geschäftemacherei gesehen. Ja, Zodia? Genau, geht vor, ich komme nach. Ich hab da was mit Zodia zu klären. Wunderschöne. Du bist nicht so, wie du es jetzt mitzuhrenst. Du bist nicht so, wie sie mitzuhrenst. Warum? Was für mich nicht will, dass ich nicht so viel zu glauben habe, ist das nicht ein Schuss zu verabschieden. Ich bin nur ein Schuss, ich bin nicht so, dass es nicht so, dass ich mich nicht so verabschieden werde. Ich bin aber nicht so, dass ich mich nicht so verabschieden kann. Ich kann mich nicht so verabschieden. Ich habe mich nicht nur an, was ich zu tun. Ich habe mich überlegen. Ah... Ich verstehe nicht, aber ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich über das ganze Team überlegen. Ich habe mich über die Frenn gezwungen. Ich habe mich über die Frenn gezwungen. Ich habe mich über die Frenn gezwungen. Ich hab das Gefühl, Zodia wird's noch wieder gut machen. So, ja. Wenn wir sprechen, werden wir beide schmerzen. Erstmal ein paar Monsterplätten. Ja, Skippy. Lol. Halt mir ein, wo müssen wir hin? Ah ja, okay, okay, stimmt. Wir müssen jetzt nach Nordpolika und Co. Aber erst sollten wir nach Dancrest. Gibt's eine Szene, Szene? Meint ihr, wir könnten mal in der Hauptstadt vorbeischauen? In der Hauptstadt? Gibt es da nicht noch Leute in der Unterstadt, die ihr gerne sehen würdet? Da ist niemand, den ich absolut sehen muss, aber meinetwegen. Ja, ja, wenn wir sagen, wenn's Hauptstadt sagen, dann gehen wir halt Hauptstadt. Du hast es also herausgefunden. Im Schloss sind viele Hermesplastier versteckt. Ja, Baol war derjenige, der das bemerkt hat. Wahrscheinlich hat Alexei es zurückgelassen. Du willst es also zerstören, Judy? Und wenn wir das eher Ungleichgewicht auf dem Planeten ein klein wenig verringern, wird es gegen den Artefagus einfacher, oder? Ja, da hast du recht. Ich werde auch gehen. Oh, wie kommt's? Wenn wir es nicht zerstören und stattdessen den Kern nehmen... Hm, müssen wir es wirklich zerstören? Könnten wir es nicht irgendwie deaktivieren? Es könnte klappen, theoretisch. Aber es gibt keine Garantie, dass niemand versuchen wird, sie zu reaktivieren. Ein Plastier, das nicht funktioniert, ist schließlich genauso unangenehm wie gar kein Plastier. Moment, ich sagte doch, ich komme mit! Oh, warte! Juri, lass uns auch gehen! Juri, lass uns auch gehen! Die Nächte sind sehr dunkel geworden. Was ist jetzt echt in den Palast? Ich glaub schon, dass wir in den Palast müssen. In den Palast vor allem! Schöpfen! Schöpfen! Liebe Schöpfen! Haha, 5 C4, na super. Könnt ihr die auch langsamer anfangen zu verkaufen? Einmal einen von den Jungfrauen haben wir genug. Eine Malabottung? Kannst du schon mal die Zwischenlieben? Ja, es sieht einfach aus. Sie wissen, dass ich auch nicht mal die Schwester mit einer Schöpfen-Kiss, Aber ich habe zu überzeugen winteren, dass ich leider auch nicht ein paarии geholfen habe. Ich habe schon vorher den letzten Mal mit einer Schöpfen-Kiss. Bam! Auf der Kissen! Es war rein. Kissen, wir sind vorher noch auch geliefert! B Wah-Kissen, wir haben jetzt noch einen Rennen! Ich werde so schnell pleite sein wie noch nie. Ich werde so schnell pleite sein wie noch nie. Ein Drachenzahn. Was macht die Katze nur wieder? Oh, des Einhorns. Und des Zauberers. Ei, 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 wir haben zu viele Waffen. Ei, 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 ei. Wir haben ein Großzept und wir könnten noch eins herstellen. Wie kann ich das hier herstellen? Haha. Oh. Also Katze, ich frag mich echt, was du grade da machst. Du bist einer. Kleiner Spinner, du. Ich liebe dich. Kleiner Spinner, ich liebe dich. Du bist der einzige für mich. Na 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 na. So kann man natürlich auch Kritik am Gesang üben. Arschloch. Oh nein, sie hat das Bessar-Wort gesagt. Oh, hier haben wir auch schon alles. Äh. Nein. Da geht's nicht lang. Hase. Peitsche der Königin. Rrrrrr. Peitscht mich aus, meine Hoheit. Peitscht mich aus, eure Hoheit. Ich steh darauf. Ja, natürlich schön, wenn ich wüsste, ob ich Grimkadia schon alles fertig hätte. Großenpeitsche. Wette. Sie haben ja echt noch gar nichts gefühlt geschaffen. Wird sie vielleicht mal wieder mehr kämpfen lassen? Nö. Schnell abzieher. Jetzt raut die Katze mich schon wieder mit ihrem Schwanz. Na super. So, Todbringer. Nix haben wir alles. Ich guck jetzt eigentlich nur noch, ob ich hier irgendwo noch keine Fähigkeiten, noch nicht alle Fähigkeiten habe. Neue. Die haben wir alles dabei, ich würde besser kommen. Wir geraten. Bier. Winnie. Schön. Wahrscheinlich habe ich auch noch nichts anderes. Oh nein, das war schon. Von Klaue auch noch nicht. Ja. Gnadengeber haben wir aber schon alles. Och. Große Tasche haben wir auch schon alles. Wettfähigkeiten sind echt, äh, ja. Echt ja, rar. Oh. Natürlich hat man keine R-Fragmen. Natürlich kann man hiervon auch wieder nix herstellen. Also Rüssi ist einfacher als, äh, Waffen. Das nervig. Hegamonoke. Oh, Feenring. Achso, der direkt schon ist ja gut. Okay. Nerschu. Ach, verdammt, ich wollte doch noch was verkaufen. Bin ich dumm. Oh, was ist denn das, was wir zu fünffach haben? Fünffache Ausführung. Weil wir so ein Messi sind. Ah. Weiter geht's. Weiter, Frau Walter. Am wenigsten dürfen wir jetzt in den Palast. Ach, komm schon, warte auf mich. Ihr alle wartet hier. Hm? Ich meine in Ordnung, aber... Ich komme mit. Nein, du wartest hier auch. Wenn du und Judith alleine gehen, werdet ihr sofort gefasst. Du solltest Judy und Rita etwas mehr zutrauen, meinst du nicht? Aber es wäre doch viel einfacher, wenn sie sich keine Sorgen mehr machen müssten, von den Wächtern erwischt zu werden. Judith. Warte auf uns. Nein, komm nicht mit uns. Wie die Kinder. Also dann. Juri, wohin gehst du? Oh, noch spazieren. Ich komme mit. Nein, du bleibst hier und hältst die Stellung. Wirst du es wirklich zerstören? Die Juri schon sagte, egal wie sehr die Menschen schwören, dass sie keine Plastia mehr benutzen werden, die Versuchung ist zu groß. Es wird unweigerlich einer auftauchen, der das Plastia hier benutzen will. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass es nie wieder funktioniert. Verstehe. Dann haben wir wohl keine andere Wahl, als es zu zerstören. Also, ganz so ist es nicht. Wirklich? Wenn wir den Kern des Plastia entfernen, kann man es nicht mehr benutzen. Wir könnten den Kern herausnehmen und in einen Geist umwandeln. Dann wären wir aus dem Schneider. Ist das nicht die Stahl? Ja, deshalb wollten wir das alleine machen. Nein, ich glaube, uns nun bleibt uns nichts anderes übrig, als Estelle zu einer Komplizin zu machen. Wir müssen es so anstellen, dass niemand weiß, dass wir den Kern haben. Bringen wir doch das Lager und alles drumherum in Unordnung. Dann merkt keiner, dass der Kern fehlt. Was meint ihr? Gute Idee. Vielleicht verkratzen wir noch den Plastia-Körper. Das ist wohl die einzige Möglichkeit. Ich muss sagen, ich bin erfreut, dass du meinen Plan so schnell begriffen hast. Was redest du da? Es war ein Kinderspiel herauszufinden, was du im Schilde führst. Du wolltest Estelle und die anderen nicht mit reinziehen, stimmt's? Obwohl das wahrscheinlich keine große Rolle mehr spielt. Ich... Tut mir leid. Komm schon, die Mühe hättest du dir nicht zu machen brauchen. Du hättest alles einfacher haben können, wenn du nur Flynn und seiner Hoheit davon erzählt hättest. Möchtest du auch mit uns kommen? Hm? Ist da jemand? Huch, da ist wohl mein Aufruf, die Bühne zu verlassen. Nun, da wir alle hier sind, lasst uns kräftig zupacken. Als ob man diese Erschütterung nicht merken würde. Nein, die merkt man sicher nicht. Äh, Juri! Was soll denn der ganze Krach? Guten Morgen, die Herren. Juri Lovell. Natürlich steckst du dahinter. Mal wieder. Hm, ja, könnte sein. In der Tat. Was? Juri, du meinst? Ah, wie unverfroren. Ihr steht unter Arrest. Hey Carol, alter Mann. Lasst uns abhauen. Hm, was? Was? Ablenkungsmanöver. Haha, ist das geil. Damit die Mädels weiter randalieren können. Habt ihr alles regeln können? Ja, dank dir. Rita, was ist in der Tasche? Ist das ein Geschenk für mich, weil ich so schlau bin? Ja, nichts. Du kannst es ihm sagen. Wir sind jetzt alle Komplizen beim Kerndiebstahl. Wie? Was meinst du mit Diebstahl? Warte, du wusstest? Ach, ich verstehe. Dann ist das ein Plastiakern. Wie konnte ich zu einem Dieb werden, ohne es zu bemerken? Tut mir leid, Carol. Haha, lasst uns verschwinden, bevor Leblanc wiederkommt. Judith? Das ist... Ach, danke dafür, dass du das Plastia nicht zerstört hast. Oh, ein überraschendes Zeichen deiner Demut deinerseits. Aber warum? Du hattest doch vorher keine Probleme damit, Plastia zu zerstören. Ich wollte nur, dass du mich magst. Das glaube ich nicht. Du machst Spaß, oder? Ja. Du... Als ich allein war, konnte ich sie nur zerstören. Aber nun weiß ich, dass man sich auch anders um Plastia kümmern kann. Ich kann mich auf dich verlassen, oder? Na klar! Oh, ist das cute. Hallo, Wachen. Tschüssi, Wachen. Oh, da liegt die Herakles. Wo kommt denn die Insel her? War die schon immer hier? Oh, da liegt die Insel her. What? Sie schießen hier plötzlich einfach so im Zinn aus dem Boden? Ich fass es nicht. So, erst mal da ein Gerest, dann noch Polica und das dürfte es dann erst mal gewesen sein, wie doch. Ja, im Grunde wollen wir etwas machen, was sehr viel Unsicherheit bringen wird. Wobei das eigentlich die Gilden erfreuen müsste. Ich meine, wenn wir die Plastia zerstören, haben die Gilden mehr zu tun. Das müsste doch eigentlich Party für die sein. So, erst mal geh mal hin da zu dir, Schatzle. Okay, der ist es noch nicht genug. Ist okay, kann ich mit Leben oder auch nicht. Don's Zimmer, mal sehen. Sitzt da jetzt jemand in Don's Zimmer, oder? Ich bin auch nicht mit, Schatzle. Ich bin nicht im Herzen. Ich bin nicht einig. Ich bin nicht die Gilden. Ich bin nicht mit dem, Schatzle. Achso, ich bin nicht in der Ausbildung. Ich bin nicht mit dem, Schatzle. Ich bin nicht der Dungrest vom Himmel. Herr, ich bin mir gefordert. Ich bin bereit. Ich werde es gehen. Es ist ein wichtiger, Schatzle. Soll es das einfach? Hey, hey, hey. Du hast in den Kessel geguckt. Du bist ganz rot im Gesicht. Na, ist das schön. Ich bin auch immer ganz rot im Gesicht, wenn ich den Kessel gucke. So, not Polycar, ich komme. Gibt es unterwegs noch mehr Inseln, die ich nicht kenne? Ich bin schon Not Polycar irgendwo an hier. Es ist so dunkel. Hier ist es dunkel. Ja, hier irgendwo muss noch die Bekanne mehr sein. Ich bin ja wahrscheinlich fast wieder dran vorbeigeflügt. Das sind die Berge. Da vorne ist es. Jetzt sind die Berge. Ich glaube, ich werde es kurz warten, was ich. Ja, danke. Nats, ich werde es schnell zu sprechen. Ich habe es gut geholfen. Er ist, dass die Welt der Welt verändert. Er hat sich nicht geholfen. Ich denke, dass die Union und die Palästrahlen, Das ist ein Wettbewerb, aber ich denke, dass das auch so sehr gut ist. Ich denke, dass es die gleiche Gilder ist. Ich denke, dass es sich jetzt an der Wadaka-Mari und die Kraft besser wunderschön ist. Ich werde sicherlich mit der Wadaka-Mari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari. Ich denke, dass es sich mit einem Eindruck zu erfahren, dass wir uns in die Welt kennenlernen. Wir werden uns ein Wadaka-Mari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari-Kamari. Soviel noch wüsste, wo wir herkamen. Soviel noch wüsste, wo wir uns nicht so gut machen. Soviel noch nicht? Ja, aber es ist nicht so nett. Soviel ist es so gut. Soviel ist es nicht so nett. Es ist 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 nicht so nett. Die ewige Männer-Frauen-Debatte. Ja, 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 ja. Männer sind kompliziert, braun aber auch. Unterschreibe ich so. Ohne Scheiß, das unterschreibe ich so. Definitiv. Ich kann hier allen Spaß haben, den ich will, ist okay. Ich hab gerne Spaß. Also, wo ist die nächste Dirne? So, vierter. Komm, mach dich bereit, vierter. Ich muss nur wieder rauskriegen, wo ich hin muss. Das typische Problem einer Eri. Und Ba'ul zeigt in die Richtung, also wird das schon passen. Ra'ul zeigt. Ja, das ist gut. Was ist das? Das ist das, was ich für mich zu verletzen. Was ist das, was ich? Ich bin nicht敵. Ich habe mich immer noch nicht gewonnen. Ich habe mich immer noch nicht gewonnen. Ich habe mich immer noch nicht gewonnen. Ich habe mich nicht gewonnen. Das war gut, Karol. Rappido hat mich auf dich. So, wir kamen vor uns auch von hier irgendwo. Hier haben wir eine fliegende Stadt. Wo waren wir denn vor uns? Hier ist eine kleine Insel zum runterklettern. Alter, dass wir vor uns irgendwo hier hinten in der Ecke waren. So, doch, ne? Cool. Deswegen habe ich sie jetzt wieder zum ersten Mal. Alter, hat das Ding die Welt verändert? Hier sieht auf einmal nichts mehr so aus wie vorher. Oh no. Badehaus. Hier, seht mal. Überall sieht hier nichts mehr aus wie vorher. Ich kriege einen Knall. Krall, Knall, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe so schon Orientierungsprobleme. Tu mir das nicht, Handspiel. Hier. Mami, Mami, ich habe mich verflogen. Hier war das Ding. Muss doch irgendwo hier gewesen sein. Oh man. Oh man. Oh man. Internet, do your thing. Oh man. Oh man. Ah. Internet, do your thing. Ja gut, das hilft mir nicht weiter. So. Das hier ist Nordpolica. Oh man. Oh man. Oh man. Ich bin noch einfach auf der Welt. Oh man. Oh man. Ah. Oh man. Oh man. Oh man. Ja, das hat sich auch verändert, eindeutig! Das ist doch ein Blinder mit einem Krückstock! Ich will jetzt nicht sagen, ihr habt so schnell einen Vorhause aus dem Boden gestampft!